Sie sind hier, 7. Januar 2019, 10.39 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Marco Höger zog sich eine Knieverletzung zu und muss pausieren, Urheberrecht, Getty Images ohne Marco Höger startet der 1. FC Köln in seine Vorbereitung auf die Rückrunde. Der 29-Jährige fällt nach einer Knieverletzung für unbestimmte Zeit aus. Bundesliga-Absteiger 1 FC Köln muss in der Vorbereitung auf die Restsaison vorerst ohne Marco Höger, 29, auskommen. Wie die Rheinländer am Montag via Twitter mitteilten, pausiert der Mittelfeldspieler derzeit wegen einer Außenbanddehnung am rechten Knie. Twitter.com//Köln//Status//1082199212266348544 bis zum Abflug ins Trainingslager am Mittwoch bis 17. Januar soll in Absprache mit der medizinischen Abteilung entschieden werden, ob Höger mit nach Mallorca reist oder individuell in Köln trainiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017